Ja, moin moin und metal, meine lieben Freunde. Heute haben wir wieder einiges zu besprechen vom gestrigen Tag. Wir sprechen gleich über Entschrouded und das Easter Egg, welches nun jetzt wieder entfernt wurde. Und wir sprechen über den gestrigen Gaming Stream, in dem er uns einmal mehr zeigt, warum das Thema Führerschein und Anhänger noch ein sehr wichtiges Thema ist. Zuallererst, warum sprechen wir in dieser Woche jetzt über einen Gaming Stream vom Donnerstag, obwohl er doch letztens mal meinte, in der Woche gibt es jetzt nur noch TikTok Streams und am Wochenende gibt es jetzt nur noch Kick Streams. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Mich hatte das auch ein bisschen gewundert, dass dieses Konstrukt jetzt schon wieder über den Haufen geworfen wurde. Ich hätte ihm dann doch ein, zwei Wochen gegeben. Aber nun gut, auf jeden Fall gab es dann gestern halt einen Gaming Stream und dann kam abends dann noch eine Ankündigung, dass der TikTok Stream dann leider ausfällt und dann gab es halt nur diesen Gaming Stream. Von dem werden wir uns auch gleich mal ein paar Szenen anschauen. Zuallererst, lasst uns aber mal mit Entschrouded starten. Ich habe ja darüber gesprochen, dass dort die Schanze als Easter Egg zu finden war. Und das haben dann ja auch einige Online-Plattformen aufgegriffen. Zum einen mein MMO, die ich jetzt hier mal nennen möchte, denn die haben darüber einen Bericht verfasst, ja, der eigentlich nur ganz kurz auf das Easter Egg im Spiel einging und sonst nur die Geschichte um die Vergangenheit erzählt von dem Influencer, über den wir hier sprechen. Und wenn ich ehrlich bin, hätte die auch nicht falscher sein können. So viele Verallgemeinerungen, die einfach nur faktisch falsch sind. Und das Schlimmste an dem Artikel ist, dass nicht verstanden wurde, dass dieses Haus, was im Spiel als Easter Egg dargestellt wurde, halt ein Teil einer Internetkultur ist. Das Haus hat nichts mit irgendwelchem Hass oder Sonstigem zu tun. Das ist ein Haus, was der Streamer selber auf eigenen Wunsch durch Roomtouren zum Beispiel ins Internet gestellt hat oder wohin er Leute durch Posterverkäufe hin eingeladen hat. Dadurch ist das Haus bekannt geworden. Und nun hat ein kleines Entwicklerstudio aus Frankfurt, besser gesagt vermutlich ein Entwickler, der das als Easter Egg ganz schön fand, halt dort mit eingebaut. Ohne Beleidigung, ohne ein Abbild dieses Streamers oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Haus. Und mein MMO, beziehungsweise der Autor des Artikels, ein Herr oder Frau Schumann, sind der Meinung, dass sowas im Artikel so gedreht werden muss, als wenn das nun etwas ganz Böses ist und die Leute, die sowas da einbauen, auch ganz böse sind. Denn im Artikel wurde ja zum Beispiel auch genannt, ja ein Sascha Lobo, der ein Experte für diesen Streamer ist, auch immer schon gesagt hat, Kritik an diesem Streamer ist böse. Dazu wurde in diesem Artikel dann noch ein negativer Review angezeigt, das auch in die gleiche Kerbe schlägt und als Beispiel genommen wurde. Komischerweise natürlich einer von ganz, ganz wenigen negativen Reviews zu diesem Thema und keiner der ganz, ganz vielen positiven Reviews. Aber okay, es musste für den Autor höchstwahrscheinlich dann ins Narrativ passen, was er mit dem Artikel ausdrücken wollte. Auf jeden Fall haben die dann mit einem meiner Meinung nach wirklich schlechten Artikel und angeforderten Statements vom Entwickler dafür gesorgt, dass die Entwickler das Haus nun rausgepatcht haben. Und dazu auch einmal ein paar Worte zum Entwickler. Ich persönlich mache den Entwickler da keine Vorwürfe, dass sie das rausgenommen haben. Das ist ein kleines Entwicklerstudium mit jetzt knapp, glaube ich, 50 Mitarbeitern, was ich ja auf der Homepage gelesen habe. Das ist kein Riesenkonzern oder irgendwas. Das ist ein Team, das sich im Moment voll und ganz auf Entschrouded konzentriert und auch konzentrieren muss. Denn dazu sei ja nochmal gesagt, das Spiel kommt ja auch extrem gut an im Moment und ist hinter Powerwall, glaube ich, im Moment das bestlaufende Game auf Steam, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und die müssen sich halt auf das Spiel konzentrieren. Und wenn dann so ein Walker Shitstorm irgendwo aufzieht, muss man sich als kleines Unternehmen halt überlegen, in welche Richtung man gehen möchte. Möchte man sich jetzt die nächsten Wochen halt mit solchen Leuten herumplagen, die immer wieder Statements anfordern? Oder möchte man sich aufs Spiel konzentrieren und die Community, die das Spiel spielt? Und daher kann ich das schon nachvollziehen, dass die das jetzt einfach schnell rausgepatcht haben, weil der Erfolg des Spiels halt im Moment wichtiger ist für dieses Entwicklerstudio. Und daher auch die Bitte an euch, hinterlasst da keine schlechten Bewertungen oder so, nur weil die das jetzt rausgenommen haben. Schreibt die über die Leute an, die diesen Druck ausüben auf diese Entwickler. Zum Beispiel mein MMO, die Artikel mit unglaublichen Verallgemeinerungen online stellen und sich dann vermutlich wundern, warum die Leute keine Lust mehr haben auf solche tendenziösen Presseartikel. Ich meine, sind wir mal ehrlich, sind jetzt nun ein Gronkh, ein Unger, ein Alblali oder ein Hand of Blood auch alle schlechte Menschen, weil die auch immer mal Anspielungen auf diese Meme-Kultur machen, in die sich dieser Herr durch seine Internetpräsenz in den letzten 10 Jahren reingebracht hat? Meiner Meinung nach nein. Daher sollte auch kein Entwickler dämonisiert werden, weil er ein harmloses Haus im Spiel integriert hat. Das ist halt diese Cancel-Culture, die man leider wieder immer überall sieht. Und ich bin da der Meinung, da sollte man nicht das deutsche Entwicklerstudio für nun abstrafen, die solchen Beef einfach nicht gebrauchen können, sondern eher die Leute, die meinen, mit so tendenziösen Artikeln für unnötiges Aufgebrausche eines winzigen Easter Eggs in einer riesigen Welt zu sorgen. Das ist halt ein nettes Easter Egg, mehr nicht. Da nun die Entwicklerfirma mit Statementfragen und Artikeln von armen Influencern zu bombardieren, denen man sowas doch nicht antun kann, ist meiner Meinung nach absolut übertrieben. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu diesem Thema. Ich habe mir jetzt auch alleine aus dem Grund, dass die das drin hatten, das Spiel jetzt geholt, war eher auf meiner Wunschliste. Ich weiß zwar nicht, wann ich da irgendwie mal zum Spielen komme, aber bevor ich dieser Cancel Culture den Vorrang lasse, unterstütze ich dann lieber die deutsche Entwicklerbranche. Naja gut, das auf jeden Fall einmal dazu. Und dann lasst uns mal in den gestrigen Gaming-Stream noch einmal kurz reinschauen. In dem hat er den Ranch-Simulator gespielt und einige meinten, das wäre schon mal die Übung für die Kommune. Wir schauen da mal kurz rein. Williams-Livestock-Action. Wir machen auch bloß mal ganz kurz, vielleicht eine Stunde oder so. Länge machen wir heute gar nicht. Und wie gesagt, noch mal für alle, die das noch nicht verstanden haben oder mitbegrillt haben oder vielleicht nicht dabei waren. Ab morgen gibt es dann am Wochenende immer Kick-Streams und unter der Woche dann TikTok-Streams. Weil ich keine Lust mehr dafür habe, mich dafür zu rechtfertigen, warum es keine Kick-Streams gegeben hat oder TikTok-Streams gegeben hat. Und so gibt es für beide ein bisschen was. Und diese Aussage fand ich interessant. Denn er macht nicht diese Streams, weil er Lust drauf hat und der Community irgendwie ein schönes Spiel zeigen möchte. Nein, er macht das nur so in Zukunft, zumindest ist das sein Plan, weil er sich nicht dauernd rechtfertigen möchte. Und das ist so dieser Gedanke, wo ich mich schon wieder schaudere bei. Man kann doch als Profi-Streamer, wenn das sein Beruf ist, nicht sagen, ich mache das so und so, weil ich mich da nicht rechtfertigen möchte. Man muss doch irgendwie einen positiven Anreiz haben, um etwas zu erstellen und irgendwie so ein Content zu kreieren. Nicht einen negativen. Also ich kann es nicht verstehen. Das ist halt so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache auf meinem Ofi-und-die-Welt-Kanal Reini Rimworld weiter, weil die Leute das gerne sehen wollen und ich habe keinen Bock, mich ständig zu rechtfertigen. Also mache ich das dann halt mal. Da weiß man doch von vornherein, dass das nichts wird, weil der eigene positive Ansporn fehlt. Ich muss doch Lust darauf haben. Aber ganz nebenbei, ich bin ja gerade echt am überlegen, ob ich nicht eine Rimworld-Kommune aufbauen möchte um Reini und das mal ein bisschen zocken werde und dann hochladen auf meinem Ofi-und-die-Welt-Kanal. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ein paar Leute Bock drauf hätten. Aber gut, das nur nebenbei. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Ohne Eigenmotivation etwas machen zu wollen, weil man irgendwie da Spaß dran hat, gehen doch solche Projekte halt nach hinten los. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird er ja nicht lange durchziehen können, weil er dann teilweise zum Beispiel keine Lust auf TikTok hat und dann lieber zocken möchte oder keine Lust auf Zocken hat und dann lieber irgendwie Geld auf TikTok sammeln möchte. Er sich aber aufgrund seines Planes dann dazu verpflichtet fühlt, genau das andere zu machen und dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie das dann wieder enden wird. Entweder wird dieser ganze Plan über den Haufen geworfen oder die Qualität sinkt dann noch um einiges ab, weil man ihm seine Unlust noch komplett anmerken wird in diesen Streams. Aber okay, zurück zum Spiel. Wir können jetzt hier auf jeden Fall gleich sehen, dass sich seine Fahrkünste ohne Führerschein nicht verschlechtert haben. Das haben wir ja gerade eben auch schon gesehen, wie super er da gefahren ist. Und auch in den nächsten Szenen sehen wir, dass gerade das Fahren mit Anhänger sich auf einem richtig guten Niveau noch befindet. Ich glaube, da dürfte der MPU nichts mehr im Wege stehen, oder? Ich glaube, gegen verbesserte Steuerung. Hä? Also, ganz ehrlich, verbesserte, verbesserte Steuerung. Ich habe überhaupt nur nach links gedreht, wie so dritt er nach links. Hä, was macht er da? Wieso lenkt der überhaupt? Die hat doch gar nicht gelenkt. Alter! Verbesserte, ja, verbesserte Steuerung. Ich glaube auch, Alter. Wo ist das denn mit der verbesserte Steuerung? Alter! Das ist doch keine verbesserte Fahrzeugsteuerung. Das Spiel, das Fahrzeug ist ja fast unsteuerbar so. Alter! Boah, volles Sauberter. Alter! Ich verstehe nicht, warum der sich immer quer stellt. Was ist das denn? Die haben die Steuerung echt für den Arsch gemacht. Die Steuerung war vorhin deutlich besser. Alter! Alter, aber an einer bestimmten Geschwindigkeit ist das Spiel nicht mehr steuerbar. Alter! Ich habe überhaupt nicht nach links gesteuert. Ich habe auch nicht nach rechts gesteuert. Ich habe gar nicht gesteuert. Ich habe bloß gerade ausgedrückt. Alter! Boah! Das ist halt ernst. Ja, wir sehen hier so einen kleinen Buggy, so einen UTV, der einen Tankanhänger zieht. Vermutlich ist der auch voll und wenn er dann bremst, drückt der natürlich nach vorne, weil das halt ein scheinbar ungebremster Anhänger ist. Und sowas lernt man natürlich auch beim Führerschein und das sollte nichts Ungewöhnliches sein. Daher, falls du die MPU jetzt noch nicht gemacht hast, mein Lieber, wovon ich mal ganz stark ausgehe, setz dich lieber nochmal an die Anhängerfragen ran. Denn das liegt nicht an dem schlechten Spiel, sondern an den realen physikalischen Gesetzen, die sie hier eingebaut haben, wie im echten Leben. Schön finde ich aber auch die Lernkurve. Er merkt, dass das bei den ersten Malen halt nicht so funktioniert, wie er das gerne möchte. Halt mit Vollgas mit dem Anhänger fahren, der vermutlich dreimal so viel wiegt wie das Zugfahrzeug, ohne Bremse am Anhänger. Und ja, dass das nicht die beste Idee ist, sieht er halt aber irgendwie nicht ein. Und dann macht er es wieder und dreht sich wieder und er macht es wieder und dann dreht er sich noch einmal. Und man sieht halt keine Verbesserung, wenn man irgendwie merken sollte, ja, so klappt das gerade nicht. Fast so wie in seinem echten Leben. Aber auf jeden Fall kann man ja festhalten, zum Glück wurde der Führerschein abgenommen, damit wir sowas hier nicht mehr auf der Straße im echten Leben sehen müssen. Naja gut, in diesem Sinne sage ich dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, startet ihr alle gut ins Wochenende und genießt die freie Zeit. Und bis zum nächsten Video sage ich, Mad Love, meine Freunde. Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofenkäse hier. und bis zum nächsten Mal.